Wollte der depressive Bruder Gregor Mendel am Ende doch nichts anderes als seinem Vater durch die Zucht von Erbsen im Kampf gegen die feindliche Evolution beistehen, um doch noch dessen Liebe zu bekommen? Vielleicht unterscheidet den Vater der Genetik eigentlich gar nichts von jedem anderen Sohn, der die Liebe der Eltern durch Bemühung erreichen möchte. Und vielleicht unterscheiden sich auch die Eltern nicht, die die Zucht der Erziehung nutzen. Wieso sollten wir uns also da über die Messenger-RNA-Eingriffe aufregen oder gegen jeden sonstigen Eingriff in die natürliche Entwicklung? Jeder Mensch mit ein bisschen Klarheit muss sich eingestehen, dass es gar nicht anders sein kann, als dass es längst genmodifizierte Menschen und auch Mischungen zwischen Mensch und Maschine geben muss. Wer im Geist der westlichen Geschichte erzogen wurde, hat den starken Drang zur Zucht und übt ihn aus, wo er kann. Er züchtigt sich und andere. Immer ist er sich selbst die Erbse und er ist selbst der Erbsenbauer. Weder sind da der zwanghafte Perfektionist noch unsere Totalitarismus-Probleme erstaunlich. Der Weg, auf dem wir uns befinden, benötigt diese Phänomene, die wir uns jedoch in ihrer Ursache nicht bewusst machen dürfen, um die Illusion unserer Integrität zu schützen. Wir benötigen die Lüge. Und die Lüge entsteht, sobald zwei Menschen äußern, gleicher Meinung zu sein. Sie können etwas ähnlich beschreiben, jedoch niemals gleich wahrnehmen. Der Illusion der Verbundenheit willen belügen wir uns. Und es entsteht eine falsche Auffassung von Solidarität. Ein Bund der Lüge und der gegenseitigen Manipulation, der durch die Schuldgefühle der Erkenntnis der Lüge verfestigt wird. Wir stimmen zu und wissen, dass wir Dinge anders sehen. Die Lüge ist zur Basis unserer Kultur geworden. Sie ist die Matrix der Kooperation, so gegenwärtig wie die Luft und so unbewusst erlebt wie die Luft. Und die Lüge erzeugt ein unbewusstes Unbehagen in uns. Wir leben in unseren Narrativen, seit wir die Wirklichkeit verlassen haben, um eine eigene zu schaffen. Hier finden wir den Gedanken der Zucht. Wir lassen uns die Narrative von den Institutionen der Wirklichkeit der fünften Ordnung ankonditionieren. Die Eltern, die Schule und die Medien sind die Gärtner, die uns als Erbsen sehen und uns, wie Baudrillard über die Medien sagte, für immer die Antwort verweigern. Wer sagt, er sei in dieser Gesellschaft nicht er selbst, ist der Unreine, der isoliert wird. Geh auf dein Zimmer, bis du wieder lieb bist, wird ihm gesagt. Das Problem der Reinheit ist ja so ein massives geworden. Jeder fühlt seine Schuld. Sein Unbehagen ist der Fehler, der mit der Lüge, die nie ans Licht kommen darf, unterdrückt werden muss. Das Schuldgefühl macht ihn unrein. Er ist nicht sauber, wenn er sich nicht hygienistisch bemüht, alles zu reinigen. Denn die Lüge steckt an, sie kann sich unkontrolliert verbreiten. Kann man denn alles kontrollieren? Seine Antwort, man muss es. Vielleicht hatte Saint-Exupéry einen Hinweis für einen Ausgang gefunden, als er schrieb, Gemeinschaft ist nicht die Summe an Interessen, sondern die Summe an Hingabe. Ich sehe den anderen als anders als mich und dadurch als mein Leben bereichernd. Wir können uns diesem Reichtum und damit unserem Leben kooperativ hingeben. Die Funktionalität liegt so nicht im Anderen. Der Andere kann sein, wie er ist. Funktionieren kann ich selbst, wenn ich mich denn entscheide, einem Nutzen zu folgen. Das Ziel tritt dann zurück und ich muss nicht in den Anderen übergreifen, ihn und mich nicht belügen. Damit wird nebenbei das Geld auch aus seiner Rolle des Wertgebers für den Einzelnen enthoben. Sobald der Einzelne die Beschreibungsmacht seines Standpunktes zurückerhält, hört sein Unbehagen auf und in ihm entsteht der Frieden, den er zuvor außen erkämpfen wollte. Er muss nicht mehr ständig im Vergleich leben und insofern hat das Geld eine angepasste Bedeutung. Es ist nicht mehr das Maß zur Objektivierung der Subjekte. Auf diese Weise kommt das Geld aus seiner Rolle des Kriegstreibers heraus, weil es dann nicht mehr als Bindungssurrogat an die Über-Ich-Illusion fungiert. Das Narrativ, für welches Bruder Gregor steht, zeigt ihn als den Helden, der in den Erbsen das Leben kontrolliert. In einer Siedlerkultur eine tolle Sache. Er selbst hat von diesem Narrativ allerdings nichts mehr erlebt. Seine Haltung war zudem auch noch ein wenig mehr in der Evolution verortet. Der Mensch muss sein Schärflein Arbeit hinzugeben und Gott gibt das Gedeihen, sagt er. Es ist wahr, den Samen das Talent, die Gnade gibt der liebe Gott und der Mensch hat bloß die Arbeit, den Samen aufzunehmen, das Geld zu den Wechselern zu tragen, damit wir das Leben haben und den Überfluss haben. Er sieht sich als Mensch durchaus in exzeptioneller Position, jedoch erlebt er sich noch eingebunden, wenn auch als ein Gegenüber. Die Liebe seines Vaters hat er wohl nie bekommen, auch dessen Anerkennung nicht. Vielleicht empfand er sie zu seinem illusionierten Vater ja. Diesem wie jenem Vater war er, Johann Gregor, das Erbsenexperiment. In unserer Fantasie sind wir das Erbsenexperiment der Evolution und unsere Schuld liegt darin, ebenfalls die Täterrolle zu spielen. Ich selbst wäre so froh, wenn da niemand mehr wäre, der besser wüsste, was für mich gut ist. Der Lehrer sollte ein Experte des Feldes sein, dem er sich hingegeben hat und nicht etwa ein Lehrer. Der Lehrer als Figur ist wie der Erbsenexperimentator, der Vergewaltiger. Ob sanft oder hart, macht keinen Unterschied. Und der gute Bruder Gregor war nicht nur Abt, sondern auch ein gescheiterter Lehrer. Die Lehramtsprüfung wollte ihm aus Angst vor den Autoritäten nie gelingen. Überhaupt scheint es ja die Angst vor der höheren Macht zu sein, die stets das Problem bringt. Und es ist die gefundene Lösung, die das Problem weiter verstärkt. Da lockt dann die mechanistische Welt, denn die enthält keine Angst. Solange aber noch Lebendigkeit da ist, ist auch die Angst da. Die Figur des Don Quixote wurde als lächerlicher Maschinenstürmer missbraucht, um dem Experimentator weiszumachen, dass er damit die Standesgrenzen überwinden und Täter werden könne. Denn auch wenn der Kampf des Don Quixote aus einem lebendigen Gefühl herauskommt, so ist er doch wahnhaft, eindimensional, narzisstisch, hierarchisch, hygienistisch und Tatsachen banalisierend. Don Quixote ist nicht die lächerliche Figur, die sich dagegen wehrt, dass der Bürger König wird. Der Bürger selbst ist Don Quixote, der sich im Kampf gegen die Evolution befindet. Wir schauen uns selbst zu bei unserem absurden Umgang mit Wirklichkeiten. Don Quixote ist als Ritter Kämpfer in einem Feudalsystem. Das heißt, der Kampf gegen die Maschine ist nur ein erneuter Kampf und seine Haltung selbst ist schon zuvor die der Bedrohungslage. Ich sehe das eigentliche Problem in der Haltung, die er hat. Es ist die Haltung von uns Menschen zur Wirklichkeit, die Cervantes beschrieben hat. Seine Romanfigur hat sich entlebendig und kämpft nun gegen das belebte Objekt. In der Mühle scheint fast mehr Leben als in ihm selbst zu sein. Nur der Kampf und sein Diener halten ihn noch mühsam am Leben. Gut und Böse gibt es nicht. Es gibt nur den Kampf zwischen Gut und Böse. Oder sagen wir es so, es gibt den Kampf von Menschen, die sich auf der einen Seite wähnen, gegen Menschen, die sich auf der anderen Seite wähnen. Es ist der Dieb, der gern die anderen des Diebstahls bezichtigt. Die eigene Haltung wird immer auch im anderen vermutet. Ob es unsere Angst vor der gentechnisch erzeugten Schimäre oder dem durch eine künstliche Intelligenz gesteuerten Objekt ist, eigentlich alle in dem Spiel haben das gleiche Problem und erzeugen unbewusst das Gleiche. Die Ergebnisse unseres Verhaltens werden erst dann anders, wenn unsere Haltungen sich ändern. Selbst der Ritter von der traurigen Gestalt glaubt nicht wirklich, dass er die Mühlen besiegt. Er isst sogar die Fladen aus dem Erbsenmehl der Mühlen. Am Ende steht die Angst des entlebendigten Subjekts vor dem belebten Objekt und dem entlebendigten Subjekt. Angst kann aber nur noch haben, wer überhaupt noch lebt. Sollten wir also an vergifteten Erbsenfladen sterben, ist auch die Angst vorbei. Es gibt gar keine Seite, auf der man da stehen könnte. Wir stehen alle zusammen.